Oh, mein Ohr juckt grad. So, wir haben keins mehr. Das Feuerzeug nehmen wir eben mal mit. Dann werden wir jetzt hier mal so einen 64er Stack Dirt rausnehmen. So machen wir das. LOL, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Das muss ich in der Aufnahme... Das guck ich mir nochmal an. Waschen. Ich hab da grad so einen Dirtblock hingesetzt, ne? Ähm, und auf einmal war der weg. Voll der Bug irgendwie. Notch hat's gegen mich abgesehen. Wie ist das Ding da eigentlich aufgegangen? Wo kam dieser Creeper dann eigentlich her? Ich war irgendwie meilenweit davon weg und da springst du auf einmal so einen Creeper hoch und macht das Ding auf. Wen hat der Dinger? Wollte wahrscheinlich seine Freunde retten, so. Und das war zu wenig Dirt. Aber davon ist ein Schwein. Willst du sterben? Ja? Komm her! Und droppt natürlich nix. War ja klar. Haben wir hier ein bisschen Dirt. Oh, ein bisschen. Also Dirt haben wir echt in Mengen. Also wenn du Dirt brauchst, darf Bescheid. Brauch ich momentan nicht. Ne? Ja, weniger, wa? Also diese Folge hier, das ist ja gar nicht produktiv, überhaupt diese Aufnahme bis jetzt. Bis jetzt haben sich eigentlich nur fünf Creeper in das Leben genommen. Ja, und das war's. Das ist ein Schwein! Da war ja jetzt voll. Ja, ein Schwein. Hast du nochmal Schwein gehabt? Ha! 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 So, jetzt gucken wir hier nochmal. Oh, scheiße. Und zwar war das nämlich ein bisschen anders, wie ich das eigentlich geplant hatte. Jetzt haben wir es da eine Säule hin. Da, da und da. Also auf diese Erd... Oh, schon wieder nichts. Die Erdblöcke müssen wir jetzt durch Netherstone ersetzen. Ich glaub, dann dürfte das richtig sein, weil dann... Ich mach mal eben nochmal so einen hoch. Weil dann... Läuft da was, da was. Ja, das passt, ne? Hm. Wir werden dann wahrscheinlich sterben, wenn wir da oben sind. Deswegen sollten wir vielleicht... Ach, wir sterben dann einfach. Wir werden dann mal schauen, was wir dann machen. Nein, darf nicht. Oh, hier zahl ich nur noch ein Heilsherz. Aber hier schon wieder ein Schwein. Mal schauen, ob das mal was gibt, war. Alle guten Dinge sind drauf. Ähm... Und? Schon wieder nichts. Oh, jetzt ist da schon wieder ein Schwein, diesmal im Wasser. Wozu brauchte ich eigentlich viel Labe-Eimer? Kann man das eigentlich irgendwie immer noch... Und wieder nichts. Tja, blöd, ne? Ja. Oh, da sind schon wieder zwei Schweine. Was... Was ist das denn jetzt hier? Park! So, jetzt bin ich rausgekommen. Wer ist der Pro? Ich bin der Pro. So. Äh... Ein Stück Fleisch. Oh, das Schwein ist... Hat sich mit einem Bambus versteckt. Tsss. Schön. Genau, ich mach das jetzt einfach immer mit hier. Und dann werden wir uns da am Ende wieder runterbauen. Das ist ja, denke ich mal, nix Problem. Erstmal kurz das Inventar wieder ordnen. Ja. Äh... Leute? Hä, hast du da was runtergeschmissen? Wo ist meine Schaufel? Die ist bei mir. Ich weiß aber nicht, wie du bist. Ich bin jetzt gerade beim Bambus. Wo ist die Schaufel? Bei mir, beim Bambus. Die hab ich gerade eingesammelt, weil die mitten auf dem Weg lag. Na, dann gib sie mir mal, bitte. Du könntest dich natürlich auch produktiv gestalten und den Bambus abreißen. Und... Wo ist denn? Ach, da, warte. Dankeschön. Genau, wir werden jetzt mal eine Runde Bambus ernten. Wir machen jetzt hier alles einfach gleichzeitig. Ja, wir werden dann hinterher nochmal die restlichen... Kann ich jetzt gerade nicht mit einsammeln. Einsammeln, dann ist die Frage, brauchen wir noch so viel Bambus, dass wir noch eine zweite Plantage öffnen, oder brauchen wir nicht so viel Bambus? Ich würde eigentlich sagen, so viel Bambus brauchen wir gar nicht. So, wir schauen, ob hier noch irgendwo was drum liegt. Da vorne sehe ich doch noch was. Dann haben wir auch wieder... Naja, es ist... Warum fangt dieser Schwein ab? Müssen wir das an hier nicht... Das bringt dann gleich gebrannte Fleisch, weißt du? Echt? Aber an hier nicht so nah am Haus mit Feuer. Das darf nur ich hier. So, jetzt machen wir das mal wieder nach oben bauen. Und da vorne ist ein Schaft, das habe ich auch gesehen. Aber habe ich gerade keine Zeit, so das abzuernden. Und da ist ja noch eins. Oh, shit. Jetzt werden wir mal kurz gucken, auf welche Etage wir sind. 92, jetzt sind wir auf 94, für die, die nicht rechnen können. Alter, ey, heute sind schön Deutschaufsatz geschrieben, wa? Ja. Geile Sache, du. Interpretation, falls auch mal eine schreibt, macht keinen Spaß. Du hast auch noch von irgendwelchen komischen Geschichten mit irgendwelchen Kirschen... Mit irgendwelchen Kirschen, die verblutschen, jetzt mal ehrlich. Ich weiß gar nicht, wofür standen die Kirschen? Weißt du das noch? Ich glaube, das war irgendwie Blut. Nein, die Kirschen waren, die sollte er bekommen. Ich weiß noch nicht, vielleicht seine Medizin oder so. Auf jeden Fall, der Kirschaft, der ging als Blut. Das ist... Googelt einfach mal. Googelt die Geschichte, die Kirschen von Wolfgang Borchert. Googelt das mal. Genau. So. Jetzt werden wir mal was waghalsiges machen. Oh, ich hab Angst. Ganz ehrlich, Leute, ich hab Angst. Wow, 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 wow. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil die Lava ziemlich schnell fließt. Beeilen, 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 beeilen. Beeilen, 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 beeilen. Los, bau doch schneller ab. Joa, geschafft. Und jetzt sieht man das richtig geil. Wir werden uns gleich nochmal schön in der Nacht angucken. Und zwar... Hammer. Sieht einander nur noch Hammer aus. Ich find das richtig geil. Wenn du das mit meinem Texturenpack ladet euch jetzt runter. Wie gesagt, Ding in der Beschreibung. Geile Sache. Das Schaf ist auch zu blöd. Es rennt einfach mal durch mein Feuer, Dingster. Und jetzt dürfte das eigentlich so sein, dass das hier unten so alles drin bleibt. Da hab ich noch ne richtig geile Idee, dafür muss ich aber ganz schnell gut anfangen. Bist du in der Nähe des Haus, dann können wir gleich wieder pennen gehen? Ich bin im Haus. Gut, dann lass mal, dann gehen wir wieder da in das Bett da vorne. Ich geh hier hinten rein. Das Hellentor ist rufen. Ja, ich geh gleich mal rein. Ich hab' schon wieder drauf. Hallo, pennen. Gehst du euch mal ins Bett oder so? Bin ich doch mal. Joioio, warum, 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 warum? Das lief es nicht. Ich geh noch mal rein. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. So, jetzt bin ich wieder drin. Wenn ich den Scheiß facken soll, dann soll die endlich mal übergehen. Ja, das ist nicht schlecht. Ey, scheiße, jetzt ist nicht so nett. Das ist nicht so nett, das ist nicht so nett. Das war die auch. Geil. Wo ist denn hin? Oh, schuldig. Nein! Seht ihr noch irgendwas? Ne, ne? Na, glaub nicht. So, ich pack' jetzt noch mal alles random weg. Schon wieder dunkel. Ist das nochmal? Ja, ich weiß, das ist... Wegen diesem Pennen-Bug, ey. Dann sette ich jetzt die Time zu Null. Jetzt cheate ich einfach mal so, weil... Das mit dem Bettgehen ja anscheinend nicht so funktioniert. Und stellt euch jetzt einfach vor, wir sind im Bett gewesen. Und stehen jetzt gerade wieder auf. So. Oh. Ach, nicht diese Dinger, ne? Ich hätte ein Feuerzeug mitnehmen sollen, ganz ehrlich, Leute. Und da sind gar nicht... Man weiß, was da wieder passiert hier in der Hölle. Wir fahren mal ein bisschen... Oh, scheiße, sind hier viele Monster. Oh. Und ein paar Creepers. Ist immer ganz gut toll. Macht Spaß, ne, mit Creepern? Ich glaube, ich kill die jetzt erstmal alle. Die killen nicht. Sind hier diese... Die kann spot on hier. Sind hier diese komischen... Das Glowstone ziemlich viel. Was ist das denn da unten? Ach, ist das dieser... Ah, genau, der macht langsamer, ne? Das ist geil, der... Ich glaube, davon nehme ich mal ein bisschen was mit. Und damit ärgere ich dann... Alter, sind hier viele Knochen. Besonders hier wachsen so viele Mushrooms. Ach, Knochen habe ich. 2 Pfeile. Da ist ja eine Spinne baden gegangen. Das ist... So, dann habe ich jetzt mal 12 von diesen Schweiß hier. Ähm, jetzt suche ich... Wow! Jetzt suche ich eigentlich noch diese komischen Teile. Diese... Ähm, wie heißen die? Diese, die... Von denen man dann diese Dinger kriegt. Diese... Die gebratenen Fleischdinger. Die Teile suche ich eigentlich grad so. Schweine. Nee. Das sind ja hier andere... Das sind solche Monster in der Hölle. Aber die finde ich jetzt hier grad nicht. Ich finde nur diese komischen Scheißgeister. Das sieht mal episch aus. Nein. Nicht in die Lava. Nicht in die Lava. Lava. Und da fangen sie auch schon an mich zu bombardieren. Ich glaube, ich hau mal wieder ab. Ah! Da ist er ja. Na du. 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 Ach scheiße. Ich sollte jetzt nicht schon wieder ster... Na toll. Sterben wir ja doch mal wieder. Warum denn noch nicht? Ja genau. Warum nicht? Weiß nicht. Ich suche die ganze Zeit diese Dinger. Und dann kommen auf einmal 5 Millionen von diesen Dingern. Geh in die Lava du scheiße. Das hast du... Alter, die... Mach auf so viel Schaden habe ich das Gefühl. Das Fleisch nehme ich mir auf jeden Fall mit. Das ist sehr wichtig. Ah, hier vorne liegen ja schon meine Items. Dann werde ich jetzt mal eben so Fleisch hier fressen. Uiuiui. Haut ab. Haut ab, die Dinger. Da habe ich eigentlich jetzt alles geholfen. Ja, ich habe alles. Ich hau ab. Tschüss. War schön mit euch. Die Wichser. Die Wichser. Äh... Fabi an. Hä? Immer bitte zuhause bei Items. Zuhause durch das Portal. Wäre sehr nett. Ich wäre dir dann sehr dankbar. Mach ich. Damit wir hier wieder ein Portal haben. Weil die mir das Portal kaputtgeballert haben. Diese Wichser. Oh du Wichser du. Na du Wichser du. Ja. Und jetzt. Wow. Hey, was ist mit dir? Okay, jetzt geh wieder zurück. Na toll, jetzt ist das Portal wieder gekommen. Na toll. Hast du ein Feuerzeug dabei? Jo. Dann zünd mal bitte das Portal da wieder an. Mach schnell. Du musstest schon hier den einen Obsidian Block anfeuern. Geh mal her das Feuer. Genauso. Ja, was machst du mich denn an? Verrückter Mongo. Ich schau. Wie soll ich denn jetzt überleben? Ja, ich geh wieder zurück. Toll ey. Oh Scheiße. Nein. Na toll. Gegen dir. Ein Problem. Mal. Oh, ich habe meine ganze... Oh, oh. Oh, ich geh jetzt meine ganzen Items wieder. Lebst du noch? Oder bist du auch tot? Ich glaube bei mir ist alles... Ich glaube bei mir ist alles tot. Ne, hier liegen ein paar Items. Oh, oh, oh. Was ist denn da denn so? Oh. 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 Oh, ich weiß nicht mehr. Items liegen hier nicht. Oh. 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 So, jetzt bin ich sowieso gleich wieder tot. Also doch, hier liegen... Komm mal hier zu mir jetzt. Hier, komm mal her. Das ist deins, das ist deins, das ist deins, das ist deins...